Hey Freunde, willkommen wieder, natürlich zu einer neuen Folge von Welcome to Paradise. Und in der letzten Folge waren wir wieder hier hinten im Gebiet von den Hallen. Und da haben wir Ratten getroffen, Gas und wie man jetzt Gas auch wegkriegt. Und ich kann Elite-Zombies irgendwie erschaffen. Ich weiß aber nicht wie. Todes, Grüße, Beilagerung. Wie kann ich sie zu Elite-Zombies machen? K.O. Modus, Zombie-Modul, Anti-Antennen-Modul, Gebäude-Modul, Tier-Modul, Zombie-Modul. Der Zombie konzentriert sich darauf, seine Waffe oder sein Werkzeug auf Elite-Zombies zu richten. Das will ich nicht. Wie verwandt... Ich kann ja... Ach da, Elite-Zombies an. Sie sind gespawnt. Oh, wie knuffig. Jetzt habe ich Elite... Ihr verwandelt euch jetzt alle in Elite-Zombies. Oder auch nicht. Äh, dir kann ich ja... Was gebe ich denn denen? Den gebe ich ein Flamm-Schild. Schild ist krass, muss ich ehrlich sagen. Heiler wäre halt geil auch. Maschinen angeblichen. Warte mal, wo ist denn sein... Yes, gut gemacht. Oh, ja, gib mir mein Schatz. Hier komme ich ja gar... Ach du Kacke. Alles klar, wir haben das komische Schwert bekommen. Eine weitere Kiste. Ich sehe sonst nichts. Äh. Nur Müll. Nur Müll. Es ist halt nur Müll gewesen. Um ehrlich zu sein, es war nur Müll. Gut, das heißt, wir gehen wieder hinter zum Gas. Diesmal. In die Gasfabrik. Ach. So Müll. Unlogi. Ach, der Typ da ist so langsam. Ich hasse ihn so sehr. Oh, opala. Hier kommt man, glaube ich, runter. Oder? Bin ich jetzt blöd. Ne, hier kommt man perfekt runter. Damit Zombies, wir gehen erstmal ins Gebäude, weil das unsere Aufgabe ist. Bisschen hier rein. Was ist das? Perfekt. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Hehehe. Hehehe. Ja. Komm her. Oh, jetzt machen sie alles kaputt. Ach, ich muss jetzt da hin. Also wieder hoch. Kommt mit. Da runter. So. Bestätigt. Mies. So, wo ist das letzte da? Irgendwo da. Ihr kackt, Zombies. So, Zombies. Wir können jetzt wieder zurück. Ich habe die Arbeit gemacht. Ihr seid wirklich ein nutzloses Band an Zombies. Was? Was? Gut. Dankeschön. Ja, schieß auf Dinge. Geh mal wieder hier hin. Müssen wir nicht laufen. Das ist halt der Vorteil. Diese... Ich finde es cool. 40, 30 bis 40. Das ist schon krass. Aber gleich sind wir auf dem selben Niveau. Ich bedanke mich. Jetzt müsste das funktionieren. Genau. Drückt mal jemand für mich. Dankeschön. Ich brauche den Blazer. Da komme ich nicht lang. Da war die Kist. Alter, was ist das für einer? Alter, was sind das für Typen? Was haben die für Waffen? Normale Knibbels. Steuerplattform. Tiii. Jetzt spawnt hier keiner mehr. Was habe ich bekommen? Was habe ich bekommen? Ich weiß es nicht. Muss ich erst sagen. Ich weiß nicht, was ich bekommen habe. Ich finde, mein Level ist auch recht langsam hier in dem Spiel. Alter. Servus. Ivy will hack all our Pylons und schiebe sie gegen uns. Wir müssen... Begleite Bob zum Ausgang. Okay. Wohin? Zu welchem Ausgang überhaupt? Findet die Graffe? Ach ne, dahinter muss ich mit ihnen. Okay. Hab mal hier. Hab mal hier. So. Ne, ihr habt keine Chance gegen mich. Auch wenn ich nichts treffe. Ich bin richtig nutzlos. Einfachs muss ich machen. Das kann ja wahr sein. Ich bin überfüllt. Das gibt's doch nicht. Oh mein Gott, das war knapp. Du auch. Ich krieg nicht mal XP in dieser Runde doch. Schöne, wie frech. Ich hab schon recht, ich krieg keine XP. Cyberboy. Bindi. Dankeschön. Oh, ich hab's... Warum hab ich's gefühlt, dass hier der Endboss ist? Wir müssen stoppen, Ivy. Versuch, sie zu ihrem Camp. Barricade dich hin und zerstörte ihr Fahrzeug. Ich geh' nach. Ja, danke schön. Bitteschön, Bob. Das ist unsere Aufgabe hier noch. Gibt's hier eine überhaupt? Ne, das sind wir ja gerade. Ne, wir haben alles erforscht. Außer den Weg nach unten hier. Jetzt gehen wir. Dieses Gas gibt mir echt auf den Senkel. Und wir sind unten. Irgendwo unten. Ich weiß aber nicht wo. Lagerhallen. Wir sind wieder bei den Lagerhallen. Hier hätt ich auch reingekommt. Können. Okay. Wir sollen jemand... Ach, warte mal. Komme ich da nicht weiter? Okay, das ist der einzige Weg. Komme ich hier vielleicht auch wieder raus? Ah, ne. Hier ist eine Küste. Da ist nur ein goldenes Schwert drin. Ihr seid dumm. Dumme zum. Irgendwie ist das fies. Ich hab's Gefühl, hier ist nix drin. Das ist frech. Es ist sehr frech sogar. Wo die Dinger eigentlich nicht mal Schaden machen bei mir. Wie ich weiß. Die machen bei mir kaum Schaden. Hm. Es ist ja da reines Kistenparadies. Also was ich sagen würde, in einer Kiste ist irgendwas drin. Außer das Spiel verarscht ein hier. Ich hab keinen Bock mehr. Ich muss ehrlich sagen, ich hab keinen Bock mehr. Hier sind überall nur Bomben. Zum Glück sind die Zombies draußen. Ja, Freunde. Also ich würde sagen, wir sehen uns einfach wieder, wenn ich die Kacke hier fertig hab. Hinter mich hab. Ja. So Freunde, wir sind jetzt fertig. Wir haben nur in einer Kiste was gefunden, aber auch mehr nicht. Naja, ganz mies. Ja, hier bleibt uns nur noch die Kirafe und ein paar andere Lagerhäuser übrig. Gut. Also machen wir, glaube ich, in den... Ja, vielleicht farm ich auch mal private was. Vielleicht. So, erstmal hier hin. Die Zombies müssten hinterherkommen. Genau. Oh, du hast eine Päromnau gefunden. Ja. Ja. Was an... Iron Optinisties anlocken. Besser anlocken? Ah, guck mal, das kann ich jetzt machen. Okay. Das machen wir, glaube ich, in der nächsten Folge. Und wenn euch natürlich die Folge gefallen hat, würde ich mich gerne über einen kostenlosen aber auf diesen Kanal freuen und über ein Like, würde ich mich auch natürlich freuen. Und dann wünsche ich euch noch viel Spaß und ciao. Bis zum nächsten Mal.